Im ersten Semester des Studiums werdet ihr bestimmt Mathematikvorlesungen haben. Dabei sind Funktionen ein wichtiger Teil des Unterrichts. Unter den Studierenden ist das Web-Tool Desmos ziemlich beliebt. Es handelt sich dabei um einen grafischen Rechner, welcher euch den Umgang mit den Funktionen erleichtert. Ihr könnt mehrere Funktionen einfügen, welche euch dann grafisch gezeigt werden. Ihr könnt diese ausblenden und sehr hilfreich bei Funktionen ist die Veranschaulichung in einem Tabellenformat. Die Veranschaulichung